Was war das für uns? Wir sind ein bisschen schwer in das Spiel reingekommen. Wir hatten Probleme, die Zweikämpfe zu gewinnen. Wir waren immer einen Schritt zu spät. Und ja, der HSV hatte eine Chancenüberplus. Dann geht unser erster Schuss, ein Traumtor von David, rein. Und danach war dann auch direkt Halbzeit. Das war natürlich ein super Zeitpunkt für uns. Nach so einem Spielverlauf dann einzeln in die Pause zu gehen, besser geht es dann nicht. Zweite Halbzeit habe ich das ein bisschen offener gesehen. Wir hatten auch ein paar mehr Chancen, aber HSV immer noch wahnsinnig viele Chancen. Ein bisschen unglücklich im Abschluss gewesen. Aber ja, wir machen dann das 2-0. Und kriegen fast direkt danach das 2-1. Das ist ein bisschen unglücklich. Da dachte ich schon so, das wird nochmal ein heißes Ding. Aber dann schießen wir das 3-1 und dann war das auch durch. War ein bisschen cleverer vielleicht. Das ist ja auch eine junge Mannschaft von HSV, die das dann vielleicht noch nicht so über die Bühne bringen. Wir haben auch ein, zwei Ausfälle gehabt, beziehungsweise viele waren oben mit dabei, die sonst spielen. Aber dafür muss man das auch erstmal so runterspielen, wie wir das gespielt haben. Und dann denke ich am Ende auch verdient. Ja, für uns natürlich ein bitteres Ergebnis. Insgesamt war ich mit dem Auftreten meiner Mannschaft eigentlich sehr zufrieden vom Auftreten her. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Tore. Aber wie gesagt, Fußball ist nun mal Fußball, da gehören nun mal ein paar Tore dazu. Wir haben, denke ich, das Spiel von der ersten bis zur 90. Minute kontrolliert. Ja, also nicht nur, dass wir optisch überlegen waren. Wir hatten eine klare Anzahl an Torschancen, die wir leider nicht machen, schon in der ersten Halbzeit. Aber wie gesagt, Fußball ist Fußball. Erster gefährliche Ball aufs Tor. Kurz vor der Halbzeit steht es 1-0. Das war schon sehr ärgerlich, eigentlich mit 0-0 in die Halbzeit zu geben, aber dass wir noch einen kriegen, war schon sehr bitter. Zweite Halbzeit, eigentlich unverändertes Bild. Trotzdem bin ich zufrieden, wie wir auftreten. Das war noch mal gut, wenn jetzt jemand nicht zugeguckt hat, der denkt, okay, 3-1, das haben die sich mal abschießen lassen, für die trudeln ein bisschen aus. Aber das war wirklich ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft. Aber nochmals, Tore gehören dazu und da bin ich schon enttäuscht und auch sauer. Und wie gesagt, wir haben eine junge Mannschaft, die müssen eben aus diesen Spielen lernen, dass so Kleinigkeiten entscheiden. Wir wussten, dass Noderstedt ein spielstarker, guter Gegner ist. Heute haben wir uns auf dem falschen Fuß verwischt. Wir waren einfach aggressiver, besser. Und das muss man dann in den Spielen ausnutzen. Und das haben sie nicht gemacht und dadurch haben wir nachher dann verdient, 3-1 verloren. Ja, für die neue Saison vielleicht das besser machen als letztes Jahr. Da sind wir wirklich schlecht gestartet und dieses Jahr auf jeden Fall mal ein bisschen besser starten. Vielleicht so wie das Jahr vor meinem Kreuzbandriss, da waren wir lange Erster nach zehn Spielen oder so. Ja, das würde ich mir wünschen und die Truppe hat das auf jeden Fall in den Beinen und vielleicht mal so auf den Platz bringen, das wäre ganz gut. Ja. 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 Ja.